ja leute herzlich willkommen sein einfach mal heft und ja hier schon auf den server waren hier nach unten mit unserem stärk 3 flamendigkeit bogen und ja wir müssen jetzt noch mal hochgehen und so schnell das irgendwie hopper und mich wieder hochbau und dann müssen wir hier mal das hier mitnehmen und das und das tschüss ich gehe wieder runter das werde ich auf jeden fall jetzt hier in der folge braten so ich habe jetzt nicht genug level um mir hier ein gearschwert zu verzaubern ich werde es glaube ich aber nicht hier auf max zu machen das weiß ich aber nicht genau ich werde mir hier mal ein paar steine schwerne machen und jetzt noch mal schnell quatsch und dann wieder hierher gehen das kann sich so aus langweilig und ich hoffe ich krieg das so schnell auch hin also ich habe ein ende noch zwei drei minuten verzaubern hätte wäre es ganz cool damit ich sagen wir uns gleich wieder bis gleich die leute ich bin aus dem netter zurück bitte ach so der glieder füße habe ich aber schon gesehen waren zwei auf dem steinschwert bitte rückschluss 2 ist mir zu doof schärfe rückschluss ist mir immer noch zu doof bitte plünderung 3 ist mir auch zu doof ich habe jetzt extra ein paar mehr level für das tier schreck geholt ich kann noch und das einmal machen jetzt bitte schärfe 3 okay schärfe 3 tier schwert ist nicht schlecht kann man hallo ja cool mein nächstes zweck oder vielleicht doch nicht kann man auf jeden fall aber noch verbessern ich denke mal ich mache mir jetzt noch mal ein dia schwert und ja ich werde mal hier schnell so schluss ihr steinschwerter plus das eisenschwert und dann würde ich sagen ich gehe jetzt gleich nochmal in nether ich habe jetzt noch sechs minuten wenn ich jetzt da vier minuten level 33 das soll ich schaffe ich habe da noch ganz viel gesehen da habe ich noch zwei in eine minute das kriege ich glaube ich hin also ich hole noch ein paar level schnell so leute ich bin jetzt wieder hier ich habe noch mal die öfen gelehrt ich bin jetzt über 31 jetzt bitte gibts mir gib mir einfach was gutes ja schärfe 4 und haltbarkeit 3 das ist gut das ist richtig gut so für die rüstung habe ich jetzt keine zeit mehr ich mach zum doch ich verzaubert das jetzt mal ähm ähm äh ne ok das mach ich dann ähm irgendwann nächste folge glück äh glück eins aber das ist nicht ganz so gut ähm ach ich muss die hier wegwerfen ja dann würde ich sagen das war's von der folge und wir sehen uns bei der nächsten folge wieder ähm ich werde jetzt mal den verzaubung so schön mitnehmen äh und dann hier noch ne äh den anders dann müssen wir das auch noch mit dem gravel zubauen und dann würde ich sagen das war's von der folge und tschau leute konnichiwa da 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 da